Willkommen zusammen zu einem neuen Spiel hier auf dem Kanal mit dem Titel Rescue HQ The Tycoon. Wir werden heute mal reinspielen, allerdings gilt bei diesem Spiel, das Ganze ist noch alles andere als fertig. Das heißt, das was ihr hier seht, das wird sich vermutlich noch bis zum finalen Stand sehr verändern. Trotzdem werden wir heute mal einen First Look wagen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze direkt mal hier an. Und was sehen wir hier? Welcome dear friend, I will personally guide you through setting up this emergency department. Das heißt, wir werden jetzt hier angeleitet und sehen, wir können später Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst übernehmen. Und erstmal müssen wir dazu allerdings unsere Wache, unsere Feuerwache hier in diesem Fall einrichten. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich habe kurz vorher schon mal einen kleinen Blick reingeworfen, weil aktuell ist dieses Tutorial hier noch nicht so ganz ausgebaut. Deswegen muss man sich erstmal ein bisschen damit vertraut machen und das habe ich schon so ein bisschen versucht und hoffe natürlich, dass ich das jetzt auch alles richtig mache. Ich würde sagen, wir bauen erstmal großzügig eine Garage, denn mit diesem einen Platz können wir jetzt glaube ich noch nicht so wahnsinnig viel einfangen. Und ich glaube, ich werde es auch ein bisschen umdesignen. Passt auf, ich mache das jetzt einfach mal. Bevor wir das allerdings machen, sollten wir vielleicht noch im Büro was machen. Und zwar sollten wir da vielleicht noch ein Hiring-Desk einbauen. Machen wir mal. Machen wir das hier, machen wir das mal. So. So. Und dann können wir auch noch hier eine Couch reinsetzen. Vielleicht ist das mal vonnöten. Jetzt werdet ihr euch sagen, was ist das? Ist das hier der Einrichtungssimulator 2020 oder was? Ähm, nee, ist es nicht. Also wir können hier zwar unsere Wache einrichten und müssen die dann auch später erweitern. Und, wenn ich hier mal rauszoome, ich glaube, das kann man alles hier freischalten. Das heißt, das Ding, das Areal wird noch richtig groß. Man kann da richtig, man hat da richtig Ausbaumöglichkeiten sozusagen. Aber bevor wir jetzt hier irgendwelche Einsätze erledigen, müssen wir natürlich erstmal unsere Wache soweit einrichten. Und das können wir eben erstmal machen, beziehungsweise müssen das auch machen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen, ja, die einzelnen Garagen hier bauen. Zum Beispiel für das LF, das Löschfahrzeug. Das setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Dann können wir noch einen TLF reinsetzen. Das kommt hier hin. Und dann noch eine Drehleiter. Die kommt hier hin. So, dann haben wir natürlich noch einige Plätze und die brauchen wir auch. Denn es sind noch ganz viele andere Räume zu bestrücken. Wir haben also hier unsere Garage, unseren Korridor, also unseren Flur hier. Prison können wir auch schon bauen, aber ganz viele Dinge sind hier noch nicht freigeschaltet. Was allerdings schon freigeschaltet ist, ist hier die Kitchen, die Küche. Die brauchen wir auch, glaube ich. Dann brauchen wir einen Raum, wo die sich ausruhen können. Wir können Trainingsraum bauen. Das gibt es hier noch. Das Office haben wir uns schon angeschaut. Wir können hier duschen und Toiletten, auch das ist sehr wichtig für den Feuerwehralltag, einbauen. Wir können hier was zum Relaxen einbauen. Und es gibt hier auch noch die Workshop-Area. Und die, dachte ich mir, setzen wir mal hier hin. Ah, wo haben wir sie? Hier. So, dann können wir da nämlich, dann bauen wir hier mal schnell eine Tür rein. Denn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ah, ich würde hier gerne sowas hier bauen. Dann wird das vermutlich erstmal nicht funktionieren, weil wir keine... Ach doch, hier ist eine Tür schon drin. Ah, Glück gehabt. Jetzt hat... Aber wir sehen es hier. Hier ist noch keine... Hier ist jetzt keine Tür mehr drin. So muss ich sagen. Deswegen bauen wir hier mal schnell eine rein. Müssen wir diesen schönen Wandschmuck hier übergehen. So. Kling. So. Und dann machen wir aber weiter mit unserem... Workshop-Raum hier. Das habe ich, glaube ich, schon. Und dann machen wir hier noch das rein. Flupp. Das ist eine Air-Tank-Refill-Station. Und das ist ein Air-Tank-Storage. Das heißt, ich nehme mal an, das geht hier um die Atemschutzmasken. Das heißt, hier werden die gelagert und hier werden sie aufgefüllt. Das ist beides sehr wichtig im Feuerwehralltag. Und damit wir das auch in entsprechender Geschwindigkeit machen können, würde ich sagen, machen wir doch direkt eine Tür hier zu diesem Raum. So. Gut. Damit haben wir jetzt schon mal die wichtigsten Fahrzeuge für unsere Feuerwehr. Ich glaube, mehr können wir hier aktuell noch nicht raussenden. Wir haben ein Hiring-Desk gemacht. Was wir jetzt noch machen müssen, sind so Dinge wie Betten, Trainingsraum und vor allen Dingen erstmal ein Bad errichten. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man nach so einem Einsatz reinkommt, dann wünscht man sich vermutlich teilweise nichts sehentlicher als eine gute Dusche. Deswegen bauen wir hier mal schnell eine Tür rein. Und dann, das müssen wir jetzt hier leider so eine, für Männlein und Weiblein muss es jetzt leider das gleiche sein. So viel Platz haben wir nämlich aktuell nicht. Wir könnten zwar hier schon erweitern, das kostet aber auch ordentlich Geld. Und das sind jetzt hier auch, leider Gottes, so, ähm, naja. Ihr seht es selber, die sind geöffnet, die Toiletten. Ich weiß nicht, ob man die auch schließen kann. Schauen wir uns später an. So. Und dann bauen wir gegenüber mal hier die Duschen rein. Und, was ganz wichtig ist. Ah ja, das war es wieder komplett. Da würde ich sagen, müssen wir einmal hier die Bombe nehmen. Und, da machen wir das einmal nochmal anders. Äh, dann bauen wir mal hier. Äh, ja, ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Ich habe es nicht ganz so geschickt gemacht. Hm, 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 hm. Ja, wir lassen das mal gerade so. Ein Waschbecken wird ja wohl ausreichen. So. Gut. Damit haben wir jetzt also schon diese Räume hier gemacht. Jetzt könnten wir vielleicht noch hier hinten einen Raum machen. Einen größeren. Training mache ich, glaube ich, mal noch nicht. Ich mache erst mal einen Bedroom. Ähm. Nicht zu groß. Äh. So. Und dann muss ich hier nochmal kurz den Corridor erweitern. Habe ich jetzt hier ein bisschen reingebaut. So. Und dann machen wir hier schon nochmal schnell das rein. So. Und das Ganze ist so was wie eine... Also ein Leitstellensimulator, würde ich sagen. Ein Feuerwehrsimulator irgendwie auch. Und alles so ein bisschen gemixt. Gemixt. Es ist aber jetzt keine Simulation oder so. Also es ist ein echter Tycoon. Und keiner, der sich so fürchterlich ernst nimmt. Sondern ich glaube, da sind auch so ein paar witzige Elemente eingebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo die so durchkommen und so, das werden wir sicherlich noch sehen. Ähm. Ich weiß nicht, ob in dieser Folge. Aber diese Folge dient ja auch eher so als First Look. So. Wo haben wir jetzt unseren Bedroom hier? Dann machen wir hier nochmal schnell ein paar Bettchen rein. Diskretion. So. Flupp. Okay. So, dann haben wir die wichtigsten Dinge, denke ich, ähm... Hoppala. Schon mal geschafft. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier, ähm, scheint es aktuell noch ein Problem zu geben. Müssen wir mal schnell nochmal das Office hier ein bisschen ändern. So wäre es vermutlich okay, ne? Ist es so okay? Ja, so scheint es okay zu sein. Dann können wir jetzt hier mal weiterlaufen lassen. Und dann wird das jetzt alles aufgebaut. Und vielleicht kann ja jemand schon mal hier refillen. Wir müssen das ein bisschen im Auge behalten, wenn hier nämlich einen Einsatz reinbekommt. Und hier muss auch natürlich jemand an den Hiring Desk. Ähm, wenn hier einen Einsatz reinkommt, dann müssen wir die Mitarbeiter eventuell hier wieder von befreien. Aber solange hier kein Einsatz reinkommt, könnt ihr erstmal damit arbeiten. Und es wird so lange kein Einsatz reinkommen, wie hier keine Fahrzeuge stehen. Das wird sich aber, wie gesagt, gleich ändern. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles soweit korrekt gemacht und richtig erklärt. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, das Tutorial und so, es gibt auch noch kein Handbuch und so. Deswegen bin ich mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Aber ich hoffe natürlich, dass es einigermaßen passt. Und das ganze Spiel ist, ich muss sagen, da habe ich noch ein bisschen Probleme mit. Und, ähm, so in so einer Low-Poly-Grafik gebaut. Da gibt es ja einige Spiele. Und, oh, excellent. Check your applicants. Tap, ähm, in the crew menu. Some more firefighters have decided to join you. Das sind ja hervorragende News. Die ganze Stadt will sich bei uns bewerben. Sechs Mann. Die müssen wir alle einstellen. Jetzt muss ich aber erstmal unsere Wache hier wiederfinden. Ähm, genau. Und wenn ihr noch weitere Infos braucht oder auch noch ein paar exklusivere Einblicke sozusagen erhaschen wollt, dann könnt ihr auch gern auf dem Discord von dem Spiel vorbeischauen. Ich werde euch das mal in der Videobeschreibung verlinken. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr Discord habt. Wo ist denn jetzt hier unsere... Ich hätte es nicht machen sollen. Wo ist denn jetzt hier unsere Wache, Mensch? Ähm, da könnt ihr mal reinschauen. Da wird auch noch mal viel erklärt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch später bei den Beta-Tests irgendwie mitarbeiten wollt, dann könnt ihr das darüber machen. Hmm. Usually you will recruit crew by manning the appropriate recruitment desk, but completing objectives may also give additional crew. Okay. Hmm. Wäre ganz schick, wenn man... Äh, now it's time to expand the common area a bit to earn a bit of renown for ourselves, okay. Let's set up basic functional bathroom, hab ich schon gemacht. A small kitchen where people can eat in peace. If they don't have anything to eat, they'll just go out right when you need them. Okay, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt muss ich echt mal kurz meine Wache suchen. Ich würde sagen, dass... Ah, die... Hier ist er. So. Ähm. Eine Sache haben wir noch nicht gemacht, nämlich diese Kitchen gebaut. Die ist relativ wichtig, weil sonst gehen die Feuerwehrleute, die wir hier eingestellt haben, einfach... Hat er ja gerade erklärt. Die gehen einfach irgendwo hin und sind dann nicht da. Und das ist ein Problem, wenn wir nämlich einen Einsatz reinbekommen, dann sind die nicht verfügbar. Weil sie jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, bei Meckes um die Ecke hier ihr Feuerwehrfrühstück zu sich nehmen. Das ist natürlich nicht gewünscht und deswegen sollten wir das alles auf der Wache haben. Und deswegen sollten wir daran schnellstens weiter ändern, dass wir hier aktuell keine Kantin oder Küche hier haben. So. Jacqueline Bergfeld. Ähm, genau. Mhm. Rookie Firefighter. Das sind alles Rookie Firefighters, ne? Wir nehmen mal so drei oder so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir später ja noch mehr nehmen. Gut. Dann jetzt noch einen Küchenraum hier. Ich baue den mal hier hin. Und dann gibt es hier auch eine Tür. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Türen immer setzt dann später. Und dann... Ah, der ist zu eng. Wir können hier nur solche Stühle hier reintun. Ähm, und dann machen wir hier noch einen Kühlschrank rein. Ich nehme mal an, das wird auch später noch erweitert. Ich meine, mit einem Kühlschrank kann man jetzt essensmäßig nicht so viel anfangen. Da kann man zwar viel drin lagern, aber gekocht wird üblicherweise nicht im Kühlschrank. Müssen wir mal schauen. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht so ein Einsatz aus? Und den werden wir jetzt sicherlich gleich erleben. Denn wir haben im Prinzip alle Dinge, die wir dafür brauchen. So, später könnte man dann jetzt auch noch einen Trainingsraum einstellen. Hier, das meinte ich mit diesen offenen Toiletten. Ja, free for all. Naja. Das ist eine sehr offene Feuerwache. So, die ruhen sich hier alle mal ein bisschen aus und so. Schöner, schöner Alltag hier auf der Wache. Und die füllen da alle ihre Dinge auf. Super. Okay, und wir haben schon wieder neue Bewerber. Also jetzt geht es aber hier ordentlich. Kurz vor der Folge hatte ich noch das Gefühl, dass das nicht so schnell geht. Aber habe ich mich offensichtlich geirrt. So, hier könnten wir auch jetzt aktuell noch gar nichts hinsetzen. Wir müssen mal schauen, was wir noch so machen könnten. Also ich glaube, im Trainingsraum gibt es noch was, was wir machen könnten. Das ist aber dann auch der einzige Raum, in dem wir aktuell noch was bauen könnten. Wie gesagt, das ist eine frühe Version hier. Wann das Ganze erscheint, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwann mal was von Mai gelesen, ob das allerdings so korrekt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch als Early Access erscheint. Aber das weiß ich alles nicht. Das habe ich jetzt auch nicht mehr in Erfahrung gebracht. Da müsst ihr einfach mal, ja, da werdet ihr sicherlich auf dem Laufenden gehalten. So, ich spure mal ein bisschen vor, damit wir jetzt auch tatsächlich mal einen Einsatz reinbekommen. Aha. Klingeling. So, was ist denn passiert? Citizens have reported smoke coming out of an apartment in a high-rise building. Oh, Hochhaus. Gesamter Löschzug raus. Alle verfügbaren Einsatzkräfte gehen raus. Tschüss. Und problematisch ist es natürlich dann, wenn man einen Einsatz reinbekommt. Oh, wir müssen zur nächsten Schicht. Wechseln, okay. Die sind auch gar nicht... So, das sind natürlich auch Animationen, die noch wegkommen. Also ich erwarte von so einem Spiel, dass die dann auch hier durch diese Straßen fahren. Die warten aktuell einfach hier. Warum sie das machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wird irgendwelche Gründe haben, aber ich erwarte, dass das später dann gelöst wird und korrekt hier angezeigt wird. Ähm. Äh, genau. Ein Problem haben wir, wenn wir... Ja, das ist genau... Das ist genau das, was ich meinte. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass die hier alle wieder einrücken. Super. Und dann könnt ihr auch direkt wieder rausfahren. Ähm. Das ist noch... An Emergency Dispatch. Aber eigentlich sind ja alle da. Kann ich das noch irgendwie verändern? Ne. Okay. Es wäre ja eigentlich schön, wenn man dann noch, ähm, Kräfte nachrücken lassen könnte, ne? Aber ich kann hier nicht mehr draufklicken, leider. Okay. Damit sind die ersten 1700 Dollar oder was und 40 Erfahrungspunkte hier gesammelt. Ne. 40. Was ist das jetzt hier? Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall den Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Sagen wir es mal so. Und wenn wir das hier auch noch rausgeschickt hätten, dann hätten wir jetzt den zweiten sicherlich auch erfolgreich abgeschlossen. Mist. Hätte ich noch ein bisschen gewartet, dann wäre das perfekt gewesen. So. Okay. Hier sind aber schon alle ausgerückt. Ah. Immerhin. Den haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. So. Und das wird natürlich umso schwieriger. Je mehr Fahrzeuge wir haben, je mehr Bereiche wir bedienen. Also Polizei und Rettungsdienst und so. Also ich glaube, das könnte schon für den einen oder anderen ganz spannend werden. Es ist aber natürlich nicht so super realistisch jetzt hier, ne? Also ihr seht das an der Grafik, am Stil und so. Es ist ganz nett und es hat auch so einen Hauch von Realismus. Aber es ist jetzt nicht super detailverliebt bei vielen Punkten, denke ich mal. Ähm, so. Okay, wir haben aktuell nicht so viele. Was haben wir? Some stray fireworks started small fire in the neighborhood. Let's be quick in extinguishing them so the people can continue to have a good time. Also eigentlich würde da meines Erachtens jetzt ein TLF reichen. Ja, wir fahren mal nur mit zwei Fahrzeugen raus. Also eigentlich würde sogar nur das LF reichen, oder? Sehe ich das falsch. Hm. Ich... Äh, wie... Wie sieht das hier aus? Wir fahren mal mit vier Mann auf dem LF raus. Mal gucken, ob das reicht. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen jetzt... Also ich würde das jetzt so einschätzen. Schauen wir uns mal schnell an. Wie sieht das aus? Da drüber... Düster los. Und hier in dieser Beta-Version ist jetzt noch der Steam-Name eingeblendet. Vermutlich, also sowas wird manchmal gemacht, wenn noch keine Videos und Fotos veröffentlicht werden sollen oder so. So, dass man dann weiß, aha, wenn was veröffentlicht wird, wer hat's veröffentlicht. Ähm, das ist jetzt natürlich bei dieser Version hier nicht mehr so ganz sinnvoll. Ist aber trotzdem hier drin. Stört mich auch ehrlich gesagt ein bisschen, liest sich aber jetzt nicht mehr vermeiden vor der Folge. Sorry dafür, deswegen müsste ich jetzt leider mit meinem Namen hier Vorlieb nehmen. So. Tatsächlich. Es hat gereicht. Gut, aber das muss man halt dann irgendwie so ein bisschen über die Zeit einschätzen. Und versuchen zu, ähm... Zu, zu... Verinnerlichen, äh... Zu welchem Einsatz man welche Kräfte rausschicken sollte. Wie man die ausrüsten sollte. Was man da mitnehmen sollte. Was man auf keinen Fall mitnehmen sollte. Und, ähm, das alles so ein bisschen managen, sodass das eben effizient geschieht, sozusagen. Und dass man dann gegebenenfalls auch mal zwei Einsätze gleichzeitig abarbeiten kann. Und, was natürlich ganz wichtig ist, und das, da hab ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ich weiß auch nicht, ob das alles so fertig ist. Ähm, hier oben muss natürlich auch immer die Summe stimmen. Und unsere Reputation sollte immer stimmen. Das heißt, wir sollten hier nicht pleite gehen. Alles andere wäre nämlich sehr, sehr schlecht. Und, wenn wir jetzt, äh, sagen, okay, wir wollen hier erweitern, dann können wir das, glaube ich, machen, indem wir hier jetzt einfach hier draufklicken. Und jetzt haben wir ordentlich Cash dafür bezahlt und haben aber auch wesentlich mehr Platz und könnten jetzt hier unsere Wache erweitern. Ähm, und das könnten wir hier natürlich auch machen. Dann könnten wir hier noch weitere Fahrzeuge draufsetzen und so weiter und so fort. Das wird allerdings alles, äh, später noch, äh, glaube ich, äh, balanciert und so. Trotzdem, das sollte so ein kleiner Einblick sein. Ich bin gespannt, wie euch dieses Spiel hier gefällt. Ich hoffe, euch hat das Video dazu gefallen. Wenn ja, lasst gern einen Daumen nach oben da und schaut auch gern in den nächsten Videos rein. Wann die erscheinen, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Hängt auch ein bisschen von eurem Interesse ab. Aber, wie gesagt, lasst gern mal einen Daumen nach oben da und schaut auch gern in den nächsten Mal rein. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Was fehlt euch? Was würdet ihr euch noch wünschen? Und was findet ihr schon gut? Schreibt mir das gern unten rein. Ich werde es mir auch sehr bemerksam durchlesen und sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.